Servus, ich bin Satirola und heute mache ich meine ersten Gehversuche in Downhill. Ich bin gespannt wie es wird. Allzu schnell werde ich sicher nicht fahren, bevor es mich auf die Fresse haut. Viel Spaß beim Video. Tschüss. Das war's für heute. Woops. Der ist geil. Ich habe mir den Duell schon mal angeschaut. Da habe ich gesehen, hat schon ein paar Leute auf die Fresse gelegt. Der Abschnitt soll anscheinend die schlimmste Kurve sein. Die muss ich leider so nehmen. Da habe ich heute Profis gesehen. Ich bin in die Strecke abgegangen und die hat es da auch gelegt. Und ich bin ja Anfängerfahrer das erste Mal. Ach. 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 Das war echt ein bisschen zu schnell. Ich habe glaube ich die Vorderbremse ein bisschen gedrückt gehabt. Jetzt muss ich mir mal so einen Downhill Helm besogen. Ich habe da jetzt nur einen normalen Fahrradhelm. Besser als nichts. Ich weiß nicht. Ich fahr jetzt mal da lang. Ich fahr jetzt mal da lang. Nein. Nein. Jetzt wenig Schwung. Ich darf nicht so viel bremsen. Ah. Das zieht aber anständig in die Finger rein. Ah. Seht euch den Ausblick haben. Und die Strecke. Ich hoffe ich nehme überhaupt noch auf. Ich denke schon. Ich habe den Sprung gemacht. Es war nur leichter und klein. Aber ich habe ihn gemacht. Ich glaube die Bremse glühen sicher. Wow. Ich habe den Pedal angeschlagen. Ich musste in so eine Querstellung gehen. Eine Querstellung. Eine ausgeglichene Stellung. Ah. Meine Finger. Ich bin so alt für den Scheiß. Über 30 und das Downhill anfangen. Eieiei. Okay. 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 Ich mache hier eine ganz kurze Pause. Ja. Die Finger sind ausgeruht. Kurz. Habe ich zwei Minuten Pause gemacht. Und weiter geht's. Nicht mal zwei Minuten. Eine Minute. Ich fahre jetzt glaube ich eh richtig. Ja. Wird schon passen. Das ist so geil. Ja. Den Abschnitt den kenne ich vom Bandern. Da steht dann extra Achtung. bei K. Hier nicht lang gehen. Wir treten verboten. Hier darf ich nur mit dem Fahrrad drauf. Und auch nur in die Richtung nach unten. Das sind sehr leid. Das ist richtig. Das ist so geil. Das ist richtig. Das ist ein Stück. Ganz, ganz, ganz. Bicke. Rektung. 100. 50. 50. 50. Ist das geil! Wo ist das mit meinen Bremsen, glaube ich, nicht ganz mit der hinteren? Das ist ja heiß. Geil, um die Kurve gedriftet. Und wieder. Ne, jetzt hat es mir zu gut funktioniert. Wo ist lang? Da lang. So. Ne, das ist immer noch eine Stufe zu heftig. Da rausspringen. Das war noch zu heftig. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, jetzt bin ich geil gedriftet. Und jetzt geht's. Wow, wow. Oh, fuck. Aber geil gedriftet. Und wieder. Auf dem Blättern. So schön wie in den Hinterreifen gerutscht. Jetzt wusste ich nicht, wo es lang geht. Ich glaube, ich fahr da unten. Na, da bin ich falsch. Da geht's weiter. Oh, der Finger an der Handbremse aufgekratzt. Und jetzt. Tut noch die. Es aber nix passiert. Oh. Ja. Ich denke, das ist der Trend. Ich bin da. Vielen Dank.